heufelsleid okay aber warum kann man also warum darf man hier nicht her okay hey die sind auch viel smarter sind normal oh bruder wer bist du ich musste ihn mal umbringen keine munition junge deine mutter also das mit der munition ist ja wirklich so ein abfuck vielleicht da gerade neben mir auch noch ein jahr ich habe nichts gesehen wegen diesem baum und ich sehe wieder nichts wegen diesem baum da ist ein zweiter der sich immer andere drin versteckt das ist unfair das darfst du glaube ich auch einfach nicht ja so viel er sich wirklich sammeln mein leben lang heilung die ganze zeit stelle mit upgrades für waffen und outfit wie wie mache ich das bitte bitte erklärt mir das doch erklärt mir das doch erklärt mir das aufrüsten ja wie ich will es aufrüsten ich will es verbessern das kann ich nicht mehr verbessern aber ich würde ich ja gern verbessern was ist was ich will ich verbessere ich denn ne jetzt jetzt muss ich irgendwie muss das doch gehen jetzt mal ich kann nicht die ganze zeit ohne verbesserung spielen ich will hier nicht einen hardcore run machen bin ich wirklich so dumm bin ich wirklich so blöd outfits modifizieren oh mein gott ich habe es endlich herausgefunden oh mein gott okay feuerschutz schockschutz fernangriff schutz feuerschutz ja nehmen wir ich habe es endlich gefunden ja ich habe mit schiefen bekommen was wahrscheinlich jeder nach zehn minuten spielzeit normalerweise hat sehr geil so dumm wie kann man so blöd sein egal fünf prozent schaden 25 prozent handhabung und schock auch ja dann nehme ich das hier safe das ist voll gut und hier schaden noch mal mehr ja schaden safe und hier ja cool habe ich hier nur ein und ansonsten wie habe ich das ganze zeit übersehen oder habe ich es mal gesehen dann vergessen oder was ich weiß nicht ich brauche einen schweinsknochen für das hier und da brauche ich noch zwei reichhaltiges fleisch rohstoffbeutel upgrade ist auf jeden fall das wichtigste für mich momentan weil ich ich brauche das halt alles ich ich will wirklich nichts liegen lassen und ich weiß auch noch immer nicht was jetzt wert ist zu verkaufen was wert ist zu behalten das hat ein kleines problem hört auf mich zu scannen hier greifen oder ich habe ich bin ausgeglichen was willst du eigentlich von mir hör doch auch mit der scheiße junge ich schlage auf deine leiche jetzt auch noch ein also das sind noch mehr so natürlich ja oder warum machen die so ernst auf welche schwierigkeitsgrad spiel ich hier ist das schon new game plus in ultra schwer oder was ja new game plus genau oder was wo da was junge es ist wirklich das spielst du hat zu schwer ganz am anfang aber ich habe wenigstens meine heilung wieder ich habe wenigstens meine heilung wieder das muss ich jetzt alles wieder machen ich war aufgetaucht hier erst mal laden müssen sehr gut ja so der habe ich wenigstens alles noch angelegt habe ich wenigstens alles noch angelegt es ist so nervig es ist so nervig und nein und nein mein maus hallo nervt du jetzt nicht auch noch homie da mache ich einmal was sinnvolles in diesem spiel und man verliert seine modifikationen oder was hä ich hatte gerade vorhin zwei oder ich hatte doch gerade vorhin zwei bin ich bin ich komplett dumm wieder nein nein aber da habe ich doch auch die die ich vorher hatte gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr wenigstens habe ich meine heilung wieder ich sage nicht ich muss so in den hals habe ich so in den hals egal egal oder lass mich irgendwas wegwerfen ist mir so egal du waschbär wirklich reicht doch zu legen zu diesmal bitte nicht sterben habe ich irgendwo nicht irgendeinen zwischenspeicher oder so irgendwie heilung vielleicht ok kommen du musst sterben ich brauche hochwertiges fleisch und das erhalte ich glaube ich durch dich nicht fettiges fleisch fettes nicht fettiges ich kann nicht reden wo sind eigentlich meine maids die mich unterstützen sollten ja du stirbst auch wenn ich jedenfalls wieder seh wo bist du hin oder das ist reichhaltiges fleisch oh mein gott ja gut hähne geben also reichhaltiges fleisch das ist gut ich kann es noch schaffen oh mein gott ich muss erst mal wieder herstellen noch man das ist alles so viel ist alles so viel was man dieses spiel machen muss wir wollen wirklich dass ich einstein bin 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 ich nicht so smart ich bin noch nicht so smart homie ja was immer nur gegen wenige kämpfen also das wichtigste wenn ich immer gegen einen nur kämpfe dann ist alles gut noch ab dem moment wo es halt mehrere werden bin ich am arsch natürlich werden es aber auch schon wieder mehrere natürlich alles sogar dürfte ich hallo einfach weg hier du bist kein problem du bist wirklich kein problem im gegensatz zu denen hallo omi für die nora für die nora für die nora oder was bist du wie viel schaden hat er jetzt gemacht wo bin ich ich bin unter wasser ich will hier nicht sein geh hoch ach so ein bisschen fein warte was chillen wir hier gemeinsam so nein ich bin die ganze zeit im wasser ich bin die ganze zeit im wasser ich bin die ganze zeit im wasser nein bitte lass mich nicht immer ins was warum macht der 150 schaden der macht mehr schaden als eine fucking maschine ja ich bleibe auf fernkampf nie wieder in nahkampf also bist du irgendwie der endboss dieses spiels oder was denkst du wer du bist oder wirklich dich nuttig für dich nehme ich mir zeit zum looten du bist wert okay komm das erste lager war so viel einfacher auch junge schießt doch du bist erledigt halt die fresse wirklich man darf hier nicht auf nahkampf gehen das sind nahkampf götter cool und der fall beschützt ihn auch noch sehr cool wenn ich noch einmal baden gehe hier wenn ich noch einmal baden gehe hier ich raste aus wirklich wen hast du verloren bruder halt doch die fresse es nervt doch einfach nur oder ich treffe seinen verfickten kopf nicht weil er so dumm ist der zone kleinen kopf dass ich ihn nicht treffe das sind meine mates dieses wasser hier fakt zu unfassbar mann wo sind denn überhaupt noch welche das sind auch meine freunde wo sind denn die hallo wo seid ihr denn da oben ist noch eine das war doch ein das reicht jetzt wir hätten von anfang an nicht war gegen die kämpfen müssen noch man das war alles nur ein time waste das war alles nur zeit und nerven hat es gekostet nein oh gott oh gott oh gott oh gott wo ist das letzte lager wollte wirklich gegen die kämpfen ganz ehrlich macht was wir nicht lassen können tomis weglaufen definitiv weglaufen das ist gar keine frage das ist wirklich gerade gar keine frage die biester die können mich mal und ich werde sofort wenn wir den händler sehen die sofort einen besseren bogen holen also wirklich stirbt doch man ich brauche unbedingt einen besseren bogen ich glaube das ist mein größtes problem reichhaltiges fleisch 4 brauche ich 5 oder brauche ich 4 bitte sag ich brauche nur 4 nein ich hätte 5 gebraucht ich hätte 5 gebraucht ich kann das eigentlich nicht mehr ertragen ich bin sicher ach man wenn ich schon sehe bekomme ich ja schon aggression ist zu hässlich auch oder junge das ist so gut mit das drops das loot das einzige was ich voll habe ups ja wie was 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 wenn ich dadurch jetzt gestorben wäre wirklich oder versteck dich halt noch mal hinter dem dummen fall wo sind meine mates überhaupt hergespawnt bruder ich halte ja um ihn aber der lud gehört mir ich hatte du hast nichts anderes verdient dass das hier bitte heilig ich drücke den knopf 50 mal die maschinen sollen sich bitte verpissen mein movement ist aber so godlike kann man nicht sagen oder es ist so ein cleanes movement nur mein name ist scheiße so und was machen wir mit den maschinen können wir die ignorieren oder müssen wir die maschinen wirklich auch töten ja wisst ihr was dann macht ihr das oder das ist dann euer job okay ja okay ich mache doch schon mit darf ich vorher bitte ein bisschen herstellen noch danke nein bitte hier munition danke von was wurde ich denn getroffen ich verstehe es ja nicht mal das war natürlich kein hit stimmt offensichtlicherweise oder die mainz aber auch alle viel zu ernst hier zeigt dein köpfe brav und jetzt erst mal ein bisschen looten macht ihr den rest hast du da lebt sogar noch einer von denen ja passiert ne ich erlege dich ich erlege dich diese worte die die oh mein gott was mit hier was ist mit dir los der arme der ist komplett reingepackt ich loot währenddessen ein bisschen macht ihr ding ich mach mal eins dazu noch doch selbst gesagt okay ja wir haben es geschafft die fresse ich will eigentlich nur looten ich ich bin ja cool jetzt bin ich dass ich wirklich runtergeschubst so ein räudiger köter auch okay vergib dich zum höchsten turm wo ist der wenn ich fragen darf ja wieder 5000 meilen weg natürlich wie auch sonst wo denn auch einfach sonst wenigstens salute gut auch wenn man beutel wird ja wirklich du fax am meisten ab von allen okay jetzt kann ich den trank wenigstens mitnehmen haben wir heilkraut vielleicht noch hier metallscherben kann ich glaube ich eh unendlich viel mitnehmen das ist gut heilung immer stark vor allem wenn man so spielt wie ich ich muss sofort dann wenn wir zuhause sind wieder den bogen kaufen ich brauche unbedingt einen besseren bogen ich glaube das liegt wirklich nicht an mir weil ich bin wirklich so name gott so ein junger aber es bringt nicht so viel kommt mir vor aber die handhabung ist hat er mit dem anderen viel schwieriger da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen respekt vor habe ich ehrlich ein bisschen respekt vor